Ahoy und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rise of Minecraft. Und zwar, äh, zuerst einmal habe ich hier dieses noch um einen Block in die Richtung versetzt. Warum genau, weiß ich jetzt nicht, äh, hatte irgendwie das Gefühl, das könnte, ähm, irgendwie besser sein, weiß ich nicht. Dann habe ich hier vor Kopf an unserem Haus die, äh, kleine Baumfarm weggenommen, die hier immer gestanden hat. Und habe sie hier hinten im Farmtower, erstmal habe ich hier eine kleine Vanilla Farm eingezogen, sprich alles, was man so in Vanilla auf dem Feld anbaut. Karotten, ähm, Weizen und Kartoffeln, ähm, werden hier quasi angebaut und abgefarmt. Und dann endlich die letzte Etage der, äh, des Farmtowers, nämlich die Baumfarm. Die sollte immer, immer schon, seit ich dieses Projekt Farmtower geplant hatte, aufs Dach. Und, äh, jetzt würde ich sagen, sind wir langsam soweit, dass das hier die letzte Etage von dem Tower werden kann. Wir haben soweit alles drin, deshalb habe ich jetzt hier nochmal die Vanilla Farm angelegt, weil das war etwas, was wir noch nicht hatten. Ähm, was uns jetzt noch fehlt, sind teilweise Aubrey Bushes, etc. Ob das wirklich rein muss, weiß ich jetzt nicht, aber dafür hätten wir auch hier noch reichlich, reichlich Platz nach unten. So, ähm, dann gehen wir mal wieder nach oben. Das Ding ist, äh, das Volumen innerhalb unseres Energiespeichers sind ja, äh, wenn die Ausmaße 18, 18, 18 sind, ist das 16 mal 16 mal 16, was ganz exakt 4.096 Blöcken entspricht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir nehmen Hälfte, Hälfte Sales und Provider, dann brauchen wir von jedem 2.400, äh, 2.048 Blöcke. Das wird relativ viel. Ähm, und vor allem kann ich euch versprechen, das werden wir nicht mit den Ultimate Blöcken innerhalb der Laufzeit dieses Projektes noch hinkriegen. Ganz sicher nicht, ähm, was aber an diesem Speicher super ist, ist, ähm, dass man jedes Teil, was man hier verbaut, auch wieder ausbauen kann und, äh, die Energie geht noch nicht einmal verloren. Das heißt, wir, äh, können jetzt anfangen und hergehen und sagen, Cell, wir wollen von den, ähm, von denen hier 2.000 haben. Dann, gut, ist das auch schon zu wenig. Aber, wenn wir jetzt das mal canceln und sagen, wir wollen von den Cells 2.000 haben, dann ist das Ganze wieder einigermaßen machbar. Er möchte zwar noch 16k Enriched Alloy craften, warum genau, weiß ich jetzt gerade gar nicht, denn ich hatte eigentlich das Enriched Alloy hochgedreht. Gut, er ist ja wahrscheinlich einfach noch nicht hochgekommen, nachgekommen. Ansonsten, ähm, findet er eigentlich alles ganz okay. Und mit den Providern wäre dann das Gleiche. Wenn wir davon 2.000 craften können, dann sind wir auch erstmal ganz gut dabei. Und, äh, dann kann man nach und nach aufstocken, wenn man da noch Lust hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal Provider, eigentlich, wobei, die brauchen wir am wenigsten, ne? Erstmal muss die Energie reingehen, deswegen brauchen wir erstmal nicht die Provider, sondern die Cells. Und wenn ich davon jetzt 2.000 bestelle, 16k Enriched Alloy will er noch craften. Das ist mir eigentlich zu viel. Ich hatte, ach ja, deswegen habe ich hier auch die ganzen Netherores, ähm, im Gepäck. Das hat einen, äh, relativ simplen Grund. Wenn wir mal überlegen, wie viel Redstone wir brauchen, ähm, macht es natürlich Sinn, weitere Queries anzustellen. Redstone gibt es relativ häufig im Nether. Und, äh, die Netherores sind auch noch viel reichhaltiger. Das heißt, äh, aus einem Redstone Netherore bekomme ich mehrere normale Ores. Und die dann mit Fortune aufgeschlagen ergeben nochmal mehr. Hier gucken wir mal einmal. Ich hatte auf 15.000 hochgedreht. Meinetwegen kann er auch 20.000 machen, aber das ist, wie gesagt, immer noch im Gange. Ähm, das ist die Kiste für den Ofen. Und da sieht man, was ich alles an Netherores da noch reingetan habe. Also der automatische Ofen läuft ja auch auf Dauerschleife, denn, äh, die Query im Nether hat ein Speed Upgrade Stufe 3. Sprich, äh, die ist verdammt schnell. Hm, warum kann man hier... Ach so, das ist die Lampe, deswegen kann man da so durchgucken. Dann fliegen wir mal hier raus, wenn das geht. Irgendwo... Ach, ich hänge hier gegen die... Gegen diesen einen Block geklemmt. So. Raus hier. Und nichtsdestotrotz... Ja. Ich würde sagen, äh, wenn wir jetzt wieder reingehen, dann machen wir erstmal die Maschinen aus. Ähm. Und machen unseren Anti-Lag-Schalter nämlich an. Auch wenn jetzt eigentlich noch einiges gecraftet werden soll, auf das wir warten. Ich würde vorschlagen, zumindest, dass ich jetzt für die Aufnahme... Äh, wo bin ich hier gelandet? Und hier muss ich rauf. Muss ich nicht hier rauf. Ne, ich muss da unten weiter durch. So, dass ich für die Aufnahme den Schalter ausmache. Ähm, damit wir hier... besser raus- und reinkommen und uns besser bewegen können. So, Klappe zu. Wir gehen einmal nach außen. Autograft, Crafting-Raum. Und legen hier den Schalter um. Dann... Die meisten von euch werden es schon festgestellt haben. Habe ich hier unten... Ja. Noch ein wenig umgebaut. Was können wir da mal nehmen? Ingot. Meat-Ingot natürlich. Guten Appetit. Leckere Fleischbarren. Ähm, ich habe hier schon mal die Karotten angelegt. Dafür habe ich Nether Bricks jetzt in den Müll geworfen. Weil, äh... Damit bauen wir eh nicht mehr jetzt. Und zur Not können wir sie craften. Wir haben... 8,5 Millionen Nether Rack oder so. 9 Millionen Nether Rack inzwischen. Äh, da können wir auch Nether Bricks draus braten. Des Weiteren habe ich hier die beiden Baumarten. Wer es nicht gesehen hat, das sind oben zwei Baumarten. Einmal Rubberwood und einmal Oakwood werden da angebaut. Dann kommen hier noch die, ähm... Potatoes und der Weizen. Und die Äpfel werden hier eingespeichert. Das ist, wie gesagt, alles eben erst aufgebaut. Und deswegen noch nicht so viel drin. Aber die Deep Storage Units werden sich lohnen. Ähm, das hier läuft alles leer. Bis keine Energie mehr da ist. Das wird nicht mehr allzu lange dauern hier, denke ich. Dann gehen wir doch mal hier hin. Und fahren wieder eine Etage runter. Hier unten ist jetzt nicht mehr wirklich viel. Und, äh, da würde ich sagen, bringen wir erstmal ein wenig Ordnung in das Konstrukt hier. Indem wir alle Kabel wegnehmen. Auch diese hier. Hier ist keine Maschine mehr. Zumindest keine, die Strom braucht. Das kann alles raus, raus, raus. Also, diesen Schalter habe ich ja nicht umsonst gebaut. Und es war gerade schon nicht schön. Ich sammle das alles gar nicht auf. Das ist doch jetzt schon wieder... Ich disconnecte mal einmal selbstständig. Äh, wie gesagt, also ohne den Schalter geht es eigentlich gar nicht. Und, äh, deswegen sollten wir den jetzt auch in der Aufnahme benutzen. Ich bin gespannt, wie viel jetzt eigentlich gemacht ist von dem, was ich gerade die ganze Zeit gemacht habe. Ah, hier sind wir. Ja, hier haben wir auch aufgehört, die Items aufzunehmen. So. Dann kloppen wir das hier alles weg. Und dann gucken wir mal, was drinnen überhaupt noch für Maschinen stehen. Diese Maschinen brauchen, brauchen noch Strom. Dieses Kabel ist, glaube ich, auch nicht mehr notwendig. Generell ist eigentlich relativ wenig notwendig. Von dem, was hier liegt. So. Ähm, das weg, das weg, das weg. Tesseract und den Tesseract. Was haben wir denn hier noch alles an Tesseract stehen? Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts weggenommen, was für den Keller wichtig war. Da muss ich nachher sicherstellen, wenn ich den Schalter wieder umlege. Ähm, weil die hier noch stehen. Machen wir mal hier den Tesseract dran. Ne, auf Energie. Empfangen. Receive Energy. Okay. Dann das ganze Flickwerk stopfen, würde ich sagen. Indem wir uns den Marble hier schnappen. Marble with Dent hatten wir genommen. Für die Bude. Und dann machen wir hier erstmal den Kasten wieder dicht. Ja, das müsste hier mal umziehen. Aber ich weiß noch nicht, wohin. Genauso wie Müll. Müll müssen wir uns auch drum kümmern. Dadurch, dass die Drills so fleißig sind, haben wir auch einiges, einiges an Müll angehäuft. Was wir bei Zeiten loswerden müssen. So, Fenster prügeln wir nachher wieder rein. Erstmal machen wir alles zu, würde ich sagen. So, wie hier oben diese Ecke. Und das lassen wir erstmal auf. Da sind noch Condits. Von irgendwelchen alten Maschinchen. Ja, dann werden die Reprozessoren, Reprozessoren, werden nicht funktionieren, weil die ja gar kein Wasser bekommen im Moment, glaube ich. Macht aber nichts. Zum einen haben wir genug Brennstoff. Zum anderen basteln wir jetzt fix eine unendliche Wasserquelle. Und werden aber das Ganze etwas platzsparender verpacken. Wir gehen erstmal rein. Infinite Water Source hieß das gute Teil. Infinite Water Source. Den haben wir schon gebaut. Der ist auch nicht so schwierig herzustellen. Ich glaube, so müsste es gehen. Ich weiß nicht, warum wir immer so ein Bucket noch zusätzlich kriegen. Loch, Loch. Da habe ich noch ein Loch. Gehen wir mal hier ran. Und dann muss hier das Wasser extrahiert werden. Extract Always Active. Ich vermute, ja genau, hier ist alles vollgelaufen. Jetzt funktioniert es wieder. Denn das Wasser ist wieder am Start. Dann stopfen wir noch ein paar weitere Löcher. Und dann können wir in der nächsten Folge zumindest mal schon mal mit dem Außendesign starten. Damit diese Kiste hier auch irgendwie stylisch verpackt wird. Da kann dieser Klotz hier weg. Das brauchen wir nicht mehr. Da war früher eine Wasserquelle drin. Und das Kabel kann dann gerade gezogen werden. Aber erstmal machen wir hier dicht. Und ich überlege gerade, ob wir das Ganze alles einen breiter machen. Aber ich glaube eher nicht. Eigentlich gefällt mir das so ganz gut. Dann lassen wir es auch mal. Und es wird jetzt hier irgendwie nicht groß noch den Riesen-Wohnbereich geben. Ich werde das alles so ein bisschen, dass wir quasi jeden Bereich haben. Dass wir Küche haben, Schlafzimmer haben, Bad haben. Vielleicht ein Wohnzimmer, wo wir Fernsehen gucken können. Aber werden wir letztendlich ja sowieso nicht tun. In einem Technik-Modpack ist ein Wohnbereich bzw. die Ausgestaltung des Wohnbereichs ja eigentlich nur Spielerei, sagen wir mal. Und dadurch, dass wir jetzt wieder vom Server fliegen, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir hier so ein bisschen Außendesign wahrscheinlich machen, bin mir allerdings noch nicht sicher. Vielleicht craften wir auch ein paar Cells oder gucken uns den Reaktorraum an. Mal gucken, wo ich als nächstes Lust drauf habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.